Moin moin Leute, ich bin Lindenkopfersprayt oder Elfodianik und begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Flash Friday Ich hab keine Intro-Musik Musik ist schon mal gut, schönen guten Tag Ich begrüße Sie zu einem sehr basslastigen Spiel Pacific by Dan Sanderson W-A-S-D-E So erklärt man die Scheuung eines Spiels W-A-S-D-E Oh Gott, man kann sich nur so Wo bin ich jetzt? Kann ich auch meine Maus? Ach, ich kann auch meine Maus bewegen Das stand nicht in den Controls Beim nächsten Mal bitte reinschreiben, danke Alright Ich hab ein bisschen Was war das? Ich hab irgendwas aufgehoben Boah, ich hasse solche Spiele, ne? Pixelspiele Der absolute Wahnsinn Aber wo man so ein Field of View hat Dass man noch nicht mal mehr sein 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 Pin vor Augen sieht Das ist nicht cool Okay, ich hab die Tür wieder zugemacht Warum bin ich Warum bin ich jetzt in einem ganz anderen Hey, das sind die drei Fragezeichen Ja Sehe ich auch so Survival under atomic attack Klingt wie eine neue Band Das könnte so eine Pop-Punk-Band sein Wir sind Survival under atomic attack Und das ist unser neuer Hit Genau so klingen Pop-Punk-Bands Ich kenn mich da aus Okay Gut Sind die grad so in so einem Lagerraum oder sowas? I don't know Ich mach die Türen einfach mal immer wieder hinter mir zu Weil ich glaube Boah, was ist das für ein Spiel? Das ändert immer wieder die Räume hinter uns Das macht mich ein bisschen ver... What? Nicht nur gruselig ist Fuck Sondern auch Voll gut Eine neue Kassette Das heißt, wir müssen wieder in den alten Raum zurück Äh, Entschuldigung Einmal in den Navigator Könnte ich wieder in den anderen Raum zurück? Oder so Danke I guess Äh, Entschuldigung Herr Fliege Könnten Sie ein bisschen leiser sein? Ich kann meinen Die drei Fragezeichen-Hörspiel nicht hören Das ist auch sehr unhöflich Wir haben eine neue Kassette Obwohl ich im gleichen Raum geblieben bin Wie macht dieses Spiel das? Ich bin gerade Ich bin gerade minimal geflasht Was das Spiel so kann Okay Ich glaube, ich muss die Tür wieder hinter mir schließen Und jetzt in einen neuen Gang gehen Den ich vorher noch nicht kannte What the fuck, man? Kann mir bitte irgendeiner Wenn einer von euch Spiele entwickelt Könnt ihr mir bitte sagen Wie man mit Unity sowas Krankes machen kann? Wie heftig ist das denn? Warum ist jetzt hier nur ein Stuhl? Wow 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 Liegen hier Leichen? Oh das klingt so als ob irgendwas auf mich zukommt Aber ich sehe noch nicht mal was auf mich zukommt Aber etwas Oh Bruder Das ist nicht gut Die haben alle einen Ständer Oh scheiße Bin ich so heiß? Danke Finde ich nett Wow Nee Bin ich zu Hause Polizei Tut mir leid Ich What the fuck Treppen Hey Die sehen voll cool aus Ich bin in einem Milchraum Oder bin ich in einer Gummizelle Eine Minute vor der Atomexplosion Das ist glaube ich nicht gut Ähm Ist das mein Bunker hier? Wo bin ich? Okay Ich habe die grüne Lampe angemacht Autos können jetzt fahren Ist nicht mehr rot Okay Ich gehe in meinen Bunker Ich weiß gar nicht Ob ich hier hin will Alter Was ist das denn Spaciges hier? Noch eine Kassette Ach schön Dann heißt es jetzt ja Die Atomexplosion Müsste jetzt Gleich Da sein Oder so Das ist doch prädestiniert dafür Dass mich irgendwer erschreckt Ich weiß nicht was schlimmer ist Das was ich hier sehe Oder Oder Dieser dritte Weltkrieg Stimmenverzerrungsmensch Der uns erzählt Dass gerade die Welt Und warum hat da ein Leichensack gefehlt Thank you for playing Made in 29 hours Vier und das war's Und hier ist jetzt Platz für uns Wir sind tot Made in 29 hours What the What in the Hääääh Häääh Häääh Häääh